Nein, der war seine Niederlage angeboten. Darf ich jetzt aufgeben? Ist ja unverschämt soweit. Nein, darf er nicht. Natürlich nicht, ich hab Nein gedrückt. Bin gerade Pferde am Sortieren. Auftrag wird erledigt. Ja, nee, so nicht. Ja. Kann man denn hier noch ein... Nee, ich bin im letzten Zeitalter. Schade. Jawohl. Das ist ja schade. Bereit? Ja, irgendwie weiterkommt man nicht mehr. Doch, ich könnte noch. Aber dafür brauche ich 4000 Gold. Hattest du so viel Gold? Ja. Sieh mal, was du für ein Lieb bist. Natürlich, ich hab ja alles geprüft. Alles, was ging. Das ist diese Zurückhaltung, von der er immer redet. Ja, richtig. Übertreibt doch nicht so. Ja, ich will auch. Ja, verstanden. Dann riste dich einmal rum und zack, alle tot. Bereit. Richtig. Was? Das sieht nicht gut aus für mich, sagt er. Ja, natürlich nicht. Wird erledigt. Lass den doch mal in Ruhe. Der hat dir doch nur wirklich fast wenig getan. Ja. Ich find das nicht in Ordnung. Verstanden. So, du sagst mir Bescheid, wenn du bereit bist, den Gegner hier zu... Bereit. Einzuschüchtern, nennen wir es mal so. Ich sag mir Bescheid. Ja, ja. Ich wollte noch ein bisschen Stein, Silbermine. Silber? Silbermine? So. Wird gemacht. Und so. Mal schön das Haus abreißen. So. Die Bank. Der hat eine Bank. Cool. Quatsch. Ja, doch. Hat der eine Bank? Ja, das ist moderne Kriegsführung, mein Freund. Hallo? Holzfäller. Auftrag verstanden. Richtig. Bereit. Auftrag. La 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 la. Verstanden. So, ich hab jetzt übrigens... Ja. Ich hab jetzt übrigens acht Mörser, ja? Ja. Die braucht man, ja? Die braucht man, das ist wichtig. Ja, ja, da kommt man nicht, da muss man, das muss man. Ah, ich hab übrigens zehn Mörser, ja? Ja, das ist schwierig, bis zehn zu zählen. Ja. Alter. Ich meine, wir sollten uns natürlich nicht zu viel darauf einbilden, ne? Ja, doch, macht's ja Spaß, wenn man so viele hat. Okay. Hast du jetzt ins Mikro gefurzt, oder was? Ordentlich. Ich hab meine Mörser nicht mehr unter Kontrolle, die nehmen mir gerade alles auseinander, was auseinandergenommen werden kann. Naja, das hast du ja selber im Griff, mein Freund. Alter, jetzt hört doch mal auf. Nein, jetzt ist Schluss hier. Aus. Pfui. Ja, wirklich. Sehr halt. Könnt ihr euch ja nicht benehmen hier. Böse Mörser, ganz böse Mörser. Übrigens sind die Lilanen auch wieder bei mir hier und grasen die Bisons ab. Ja, ich kann ja nichts machen. Du hast ja gesagt, ich soll mich dazu vornehm zurückhalten, das hab ich natürlich getan. Ja. Die Grenadiere werfen mit Granaten auf die Gegner. Ja, wird erledigt. Grenadiere. Ich gebe mich geschlagen. Mit deiner Erlaubnis gebe ich auf. Akzeptierst du meine Kapitulation? Nein, du bist mal ordentlich umgebracht. Hier gibt's nicht. Aufgeben, wo seid ihr denn? Wer macht denn sowas? Oder wer akzeptiert denn sowas? Ich hab keine Ahnung. Das spornt mir sogar noch mehr an, die richtig, manche leiden zu lassen. Die Troll, ey. Die Troll. Aber, du kommst da klar bei dir, oder wie ist das? Na, ich bin gleich tot. Entschuldigung. Ja? Jawohl. Was ist das Let's Play noch künstlich in die Länge? Du kennst mich. Ja, bei dir kenne ich das sogar. Nicht anders. Das Problem ist, dass wir das Spiel übrigens im Bildschirmmodus aufnehmen müssen. Weil jegliche andere Art von Aufnahme nicht geklappt hat. Ja, das ist der Nachteil von diesen modernen Spielen. Ja? Kacke, ey. Holzfäller. Warum kann ich denn jetzt hier kein Handelszentrum bauen? Was ist das? Alles gut. Hast du Asthma, oder was? Ey, und dich als Kumpan. Ja, das ist richtig. Noch viel schlimmer. Noch viel schlimmer, Alter. Noch viel schlimmer ist das. Schlimmer als alles andere. Das kann ich Ihnen jetzt hier noch machen. Weiterentwickeln. Ford. Ein Pelzer. Ein Planwagen. Verwandelt sich beim Dorfzentrum. Hallo? What? Hier machen wir ja schön noch ein paar Materialien machen. Falkonett. Kosaken ohne Ende könnte ich machen. Acht berittene Bogenschützen. Oder 17 leichte Inventarien. Bereit? Oder 6 Kosaken. Jawohl. Die kommen Bogenschützen und die bilde ich jetzt auch mal aufs höchste Niveau aus. Mhm, würde ich sagen. Mach das mal. Oder hier, Abridschniki. Wahrscheinlich ist das sowas wie Abridschniki und ich hab's einfach total kacke ausgesprochen, aber gibt's ja hier am Ende auch sowas wie eine Zusammenfassung. Woher soll ich denn das wissen? Ich hab das Spiel genauso wenig gespielt wie du. Ach, du hast doch auch keine Ahnung, ne? Das ist richtig. Das hab ich aber von dir gelernt. Na ja. Hallo? Äh, wie war das? Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit, ne? Absolut richtig. Händlerin. Hörst du was? Oh, man kann hier Spion. Ah, das ist ja interessant. Was willst du denn jetzt schon wieder ausspielen? Oh, ich kann hier eine Heimatstätte behängen, um sie zu verhindern, dass die Festladung erhalten. Aha. Ebenstunkt, das Kunsthaus erheblich erhöhen. Hörst du, Spitzen und... Alter, wie hast du denn diese Siedlung da eingenommen? Der reicht. Äh, du kannst deinen Kundschafter nehmen und der kann Handelsposten bauen. Kundschafter? Ja. Ja. In den Mühlen viel schneller. Boah, das ist ja... Geil, ey. Geiler Mist. So, wer von euch ist der Kundschafter? Das ist der, den du von Anfang an hast. Ja, 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 ja. Aber ich hab den in der Truppe hier drin. Und, äh, äh, kann man den irgendwie einzeln auswählen? Äh, ne, keine Ahnung. Du kannst die ganze Gruppe markieren und dann hast du sowieso Tabs in deiner Leiste da unten. Dann kannst du den ja da raussuchen. Ja, ne, die sind ja alle markiert. Wo sehe ich den denn? Aufgabe? Du hast recht, du kannst den zwar nur anklicken, aber nicht einzeln dann rausklicken, ne? Äh, irgendwie hat er auch nicht so richtig geklappt. Ja, da musst du den Kreis immer größer machen und irgendwann siehst du ja, wenn der drin ist. Und dann weißt du, wann er wohl ungefähr sein müsste. Bereit. Verstanden. Noch eine komische Idee, die ich hab. Ja. Da. Ne, da sind Sie. Hallo? Wie du arbeitest nicht? Ist so verrückt oder was? Wer arbeitet nicht? Hier war einer. Nicht am Arbeiten war. Einer von deinen? Ja. Finde ich nicht okay sowas. Bist du der Kundschaft? Kann das sein, dass wir hier gar kein Fleisch mehr auf der Karte haben? Der ist das. Ich hab mein Kundschaft da wieder gefunden. Ja, ja. Der hat 1100 Lebenspunkte. What the fuck? Nö, der ist gut. Mhm. Kann man denn noch hier machen? Dorfbewohner sammeln die Nahrung schneller. Aber ich brauch jetzt erstmal welche, die noch Holz sammeln, weil die gar nicht mehr Holz sammeln, die Stricher. Ich hab einfach aufgehört. Bereit. Ist ihr bescheuert? Du kennst Leute, ehrlich. Wirklich? Also die arbeiten hier auch noch. Also wär ich der Arbeitgeber hier, dann würd ich hier alle rausschmeißen. Richtig. Ja, alle. Alle weg hier. Imperialer Tartaren-Loyalist. Ach, ich werd irre. Dieser schnellen Maus, ne? Wieso, was ist denn mit deiner Maus? Ja, das flitzt immer so hin und her, weil ich weiß auch nicht, warum man das so viel zu klein machen musste. Äh, versteh auch nicht. Hier, Holz brauch ich. Ich brauch Holz ohne Ende gerade. Komm, jetzt sammeln doch mal Holz. Jetzt macht mal was, wofür ihr hier auch bezahlt werdet. Oh, jetzt geht's ab mit dem Holz. Sehr gut. Bereit. Das war noch interessant. Ich find's ganz gut, dass du nochmal gesagt hast, du ziehst das Let's Play künstlich in die Länge, weil dann hatte ich auch nochmal Chance hier, das eine oder andere zu erfahren. War ne gute Idee. Jetzt, wo es noch leicht ist, da kann man das ja auch ganz gut machen. Ja, 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 so dachte ich das. Viel schneller, okay. Ah, hammer. So, noch 100 und, ja, 100 Holz und dann kann ich Gold, äh, Großlandwirtschaft entwickeln. Dann geht's hier mal richtig rund. Aufgabe? Und gibt's irgendwas bei dir, wo du sagst, dass davon brauche ich jetzt was? Also, rohstofftechnisch? Nö, Gold ist gerade massiv in den Keller gegangen, weil ich 2000 ausgeben musste. Oh nein. Doch. Oh nein. Bereit. Und das Problem, was ich habe, ist, dass es hier, glaube ich, nirgendwo mehr was gibt. Aha. Kann das sein? Gold kannst du auch abbauen, also selber was herrichten, wo du das dann abbauen kannst. Plantagen heißt das. Da gibt's Münzen, ne? Ja, Münzen ist Münzen, ja. Händler. So könntest du das sehen. So, und... Ach nein, jetzt wird er schon wieder aufgeben. Ich habe lang genug mit dir gerungen. Nein, nicht aufgeben. Sollen wir es beenden? Ich mache euch platt, ist doch klar. So. Bereit. Der hat sich schon wieder unten aufgebaut, ne? Ey, und jetzt hackt er da mit deinen Leuten das Holz ab. Und du tötest den nicht. Boah, du bist so ein schlechter Mitspieler, ey. Alter, geh mir doch nicht auf den Sack wegen so drei Holz. Nee. Das ist ein Bauarbeiter. Ja, guck dir mal an, was bei mir passiert, du Vogel. Ja, verstanden. Hä? Was ist denn bei dir? Ja. Schön, dass du das nicht siehst. Auftrag wird erledigt. Ich habe hier mittlerweile Bahngleise bei mir liegen. Nur als Info. Wie, warum? Weil ich es kann. Jawohl. Außerdem, warum... Ja, aber die liegen ja komplett, die liegen ja auch bei mir. Ja, weil ich jetzt Züge laufen lasse, mein Freund. Hier fährt jetzt eisernes Pferd. Hä, wie das denn? Ja, weil du nämlich ein kleiner Stricher bist. Du kannst nix. Hm? Scheiße. Und wenn du nicht so blöd wärst, dann würde der Zug auch bei dir halten. Was muss ich denn machen? Du musst gar nix machen. Schön am Ford fährt der vorbei. Komm, ru. Was hast du denn jetzt gemacht? Hast du jetzt... Ich hab gar nix. Du hast meinen Zug kaputt gemacht. Ist doch verrückt. Boah, bist du ein Assi. Genau auf Höhe deines Fords. Was hast du gemacht? Ich hab nur, wie du befohlen hast, die Leute hier getötet. Hä? Ja. Steht bei dir auch, sie haben gewonnen. Ich hab gewonnen, ja. Fette Sache, Alter. Aber diese Gemörser, die sind ja mal leicht overpowered, will ich sagen. Oder die Raubitzen. Alter, haben die alles weggehauen. Aber wenn der Gegner mal... Mal gucken, ob wir hier so eine Art Statistik wieder kriegen, oder? Statistikanzeigen. Da ist sie. Gastronomie. Untertitelung des ZDF, 2020